Hallöchen bei einem kleinen Video zu... ähm... Ich weiß nicht genau, wie das Schloss heißt. Auf jeden Fall, ähm... will ich euch das heute mal gerne zeigen. Wie ihr seht, sieht das richtig... krasse aus. Das wurde im Kreativ-Modus erbaut wie sonst. Aber das sieht echt hammer aus, gibt's zu. In seiner vollen Pracht... ist es hier. So... Okay, jetzt ist es schon... in seiner vollen Pracht. Ja, das will ich euch heute mal gerne zeigen, was hier so ist. Ähm... Ja... Okay, man sieht jetzt nicht alles, weil das so riesig ist. Das sieht schon echt hammermäßig aus. Das muss ich wirklich zugeben, das sieht echt hammer aus. Ich glaube gerade, das wurde irgendwie... Sprung, ne, das ist gerade irgendwie am Laden und was ist doch egal. Ähm... Hier... Ich will nämlich mal hier gucken, was denn tatsächlich mal hier hinter ist. Das kann natürlich... Ach, da ist auch ne Tür. Das kann das auch... Wenn ich trotzdem ruf mir hier. So, passt. einfach ne leere Halle. Ähm... Das war eigentlich zu erwarten. Denn was soll hier sonst sein? Na jetzt ehrlich, was soll hier sonst sein, außer ein leerer Raum? Ja... Oh, mein Mensch... Es tut mir sehr leid, dass ich das schöne Häuslein kaputt mache. Mit Klarschein dabei. Das werde ich auch wieder heile bauen, keine Angst. Das lasse ich nicht zu. Das werde ich wieder heilen. Es ist schon dunkel. Da sind Schweine. Grund sie ist das, ne? Ich werde versuchen, einmal ums Haus zu laufen. Der Himmel sieht mal wieder ganz cool aus. Tief durchatmen. Sieht echt krass aus. Von innen... Ich meine, von außen sieht das echt hammermäßig aus, aber... Von innen eben nicht, ne? Da ist halt nix drin. Nichts. Ja. Vielen Dank fürs schöne Zuzaunen, dass ihr hier zugeschaut habt. Und nun ein kleines Video zu dem... Zu dieser... Zu diesem schönen Bauwerkchen. Ich werde euch den Download-Link unten in die Beschreibung schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke schon mal für die 15 Abonnenten. Abonniert fleißig weiter. Ja. Und wir sehen uns. Tschaui!